Hey ho und herzlich willkommen zur Minenarbeit. Heute mal mit einem ganz spontanen Video. Denn Parkitekt hat gerade die Alpha 18 rausgehauen. Für mich mitten in der Nacht völlig überraschend. Ich wollte gerade schlafen gehen, aber wie ihr mich kennt, muss ich natürlich da mal sofort reingucken. Und das kann ich euch natürlich nicht vorenthalten. Also bleibt mal dran. Ich bin übrigens der gute alte Vorbudler, falls ihr es noch nicht wisst. Ich mache auf meinem Kanal Minenarbeit auch gerade eine schöne Parkitekt Staffel. Wir spielen Parkitekt nämlich und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr da mal vorbeischauen würdet. Gut, aber jetzt schauen wir doch erstmal auf die Alpha 18. Auch wenn das Wetter gerade umschlägt, das macht nichts. Das erste ist, dass der Sebiow wohl an der Intelligenz der Pieps herumgeschraubt hat. Dieser Prozess ist allerdings noch nicht abgeschlossen. Da wird weiter ran rumgefeilt. Im Moment soll es wohl so sein, dass die Pieps so ein wenig, ja, gleichmäßiger auf die Flatrides gehen und auf Attraktion allgemein. So, dass die Dinger dann eben auch ein bisschen besser gefüllt sind. Mir war das ja persönlich noch gar nicht so aufgefallen, dass es da irgendwie ein Problem gab. Aber ehrlich gesagt habe ich in letzter Zeit auch nicht wirklich viel gespielt, sondern mehr gebaut. Gut, deswegen. Aber es ist super, dass sich darum gekümmert wird. Schauen wir zum nächsten Punkt. Und zwar sind das diese neuen Bäume. Die Kakteen habe ich da jetzt mal aufgebaut, ohne jetzt zu wissen. Also ich glaube, es kann auch sein, dass die schon vorher im Spiel waren. Ich habe wirklich länger nicht in dieses Menü reingeguckt. Wenn ihr meine Staffel, wie ihr spielt Parkidekt, mal schaut, dann merkt ihr auch warum. Auf jeden Fall ist da jetzt Aloe Vera dabei. Da können wir vielleicht so ein Seven Days to Die Level nachbauen oder sowas. Oder auch Arc, ist ja auch so ein bisschen, naja, aber ja, das sind halt neue Bäume. Ich hatte mir noch einfach ein bisschen mehr erhofft, sag ich mal. Zumal in dem Art Stream, auf dem ich da gleich noch zu sprechen komme, ganz viele Pflanzen noch kreiert wurden. Hatte ich schon die Hoffnung, dass das vielleicht realisiert wird. Egal, aber es ist besser als nicht. Gucken wir weiter. Das ist nämlich das Hauptthema dieses Updates, der Science-Fiction-Bereich. Science-Fiction-Theming. Und diese Objekte wurden hauptsächlich in dem Art Stream, den ich gerade schon erwähnt habe, gemacht. Die wurden dort gemalt von einem Künstler. Und der Garrett Randall heißt er, glaube ich, der 3D-Designer von Parkidekt, der hat das dann jetzt in die Tat umgesetzt. Jetzt besonders schön finde ich diese Antennen-Dinger oder was auch immer, so Fantasy-Teile, finde ich sehr schön. Antennen und sowas. Die Rakete ist schon älter, die ist schon länger. Ich wollte mal sie etwas vereinsamen, ne, eine ganze Weile lang. Aber die passt jetzt halt zu dem Thema hier. Auch diese Sachen hier, ich könnte mal eben nochmal laufen lassen. Dann sieht man nämlich, dass das animiert ist. Ich hatte jetzt nur wieder Angst, dass das Wetter umschlägt. So, auch hier so diese schöne Satellitenschüssel. Alles ein bisschen animiert. Sehr nett. Irgendwelche Bauteile hier, um Röhrensysteme zu bauen. Das ist also jetzt nur so hier ein Beispielteil. Da gibt es noch mehr von. Auch das Ding, ja, weiß ich jetzt auch nicht, was man damit macht. Muss man erst mal gucken. Auf jeden Fall finde ich es mal gut, wenn neue Objekte so ins Spiel kommen. Zäune auch. Das ist alles schön komplett. Die kann man auch umfärben. Gott sei Dank. Und ich frage mich jetzt nur, warum man dieses rosa Teil nicht umfärben kann. Also, zumal das hier bei den Wegteilen so ist, dass man die, das ist sehr gut. Das ist wirklich hervorragend. Nehmen wir den mal hier wieder. Rostrot und LKW-Grün am besten. Lampen, wie immer. Und da seht ihr, da kann man wunderbar alles umlackieren. Auch die Lampen, da habe ich jetzt nur nicht getroffen. Ja. Und die Lampen finde ich schon sehr schön auch. Die kann man auch in so einem normalen, modernen Bereich des Parks gut verwenden. Die Bänke auch. Also, das ist überhaupt kein Problem. Das Schild auch. Das gefällt mir auch gut, weil man es auch umlackieren kann. Und hervorragend. Super Mülleimer. Ne, das ist so ein bisschen das neue Science-Fiction-Zeug. Ja, und das fand ich eben auch sehr schön, dass das über diesen Art-Stream gemacht würde. Es würde mich sehr freuen, wenn das in Zukunft auch noch mehr passieren würde auf Twitch. Dass die in der Richtung auch mehr gehen. Weil da auch die Community immer so schön dabei ist und sagt, was sie gut findet und nicht. Egal. Ja, was wurde noch gemacht? Ja, etwas, was ich euch jetzt leider noch nicht so richtig zeigen kann. Weil das einfach jetzt zu spontan ist. Das betrifft nämlich die Achterbahn. Und da, wisst ihr, da brauche ich mal schon ein bisschen länger, um so eine gute Achterbahn mal zu bauen. Mit der ich zufrieden bin. Aber da wurde es vor allem jetzt ermöglicht, dass man bessere Hardline-Roads machen kann. Überhaupt alles, was mit Banking ist. Also gedreht Kurven, geneigte Kurven. Das sollte jetzt alles viel schöner, flüssiger, fließender sein. Geschmeidiger. Und sowas begrüße ich natürlich auch. Gerade die Hardline-Roads, das war immer wirklich schwierig, die wunderbar hinzukriegen. Oh, mein Boxauto ist kaputt gegangen hier. Oh Gott. Ja, ich muss jetzt hier sowieso wieder verschwinden aus dem Park. Denn, das ist noch das, wo ich jetzt allerdings schnell herausfinden werde, wie gut das ist mit diesem neuen Banking-System und diesen neuen Achterbahnteilen. Es gibt nämlich jetzt eine neue Challenge. Da freue ich mich drauf. Ich habe auch jetzt schon im Steam-Forum großspurig meine Teilnahme verkündet an dieser Challenge. Man ist aufgefordert, auf einem vorgegebenen Land- und Grundstück alles auch neu hier, dieser Ladebildschirm. Den kenne ich auch noch nicht so. Ja, man ist aufgefordert, hier einen Flying-Coaster drauf zu bauen. Eine schöne Anlage mit Teaming möglichst. Da kann man sich was überlegen. Man hat allerdings eben nur diesen Platz hier zur Verfügung und auch nur 20.000. Und da bin ich mal gespannt, ob ich das überhaupt hinbekomme. Also ich werde es auf jeden Fall versuchen, da mitzumachen. Und dann sehe ich auch, ob die neuen Achterbahnteile oder diese ganzen Banking-Geschichten, ob die gut sind und wie die sich überhaupt so auswirken. Auf jeden Fall, ja, schaue ich mal rein. Jetzt bin ich zu müde. Jetzt muss ich jetzt, wenn die hire. Ich bedanke mich bei euch jedenfalls fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen Informationen gebracht und auch mal ein bisschen heiß gemacht wieder auf Parkitekt. Ist ein super Spiel, wisst ihr doch. Ja, wie gesagt, schaut bei meinem Kanal nochmal. Lasst ein Abo da und ein Like sowieso. Und ihr wisst doch, wie das geht. Ich mache es Feierabend. Und ihr bleibt sauber, habt noch viel Spaß und lasst euch keine Angst einjagen. Ich mache es noch mal ein duy ISSue. Und ihr braucht nichts zu調 sein. Alles noch mal ein bisschen cooler. Und ihr habt noch einen Sommer für mich gleich 그럴 auch. Und ihr macht raelines den Christian思 Wright bis endlich bei euch über den Hollywood-Geschichten. Und ihr erlebt das zwar eine Liebe darüber nachfolgt. Das Kind делier für dich, wenn man das keine Angst oder恩. Vielleicht hinaus will man management, weil ein Machtistik von Lantern mehr spielt. Untertitelung des ZDF, 2020